Zabio liefert heute ganz praktischen Nutzen für den Landwirt. Besserer Einsatz von Pflanzenschutz, bessere Ergebnisse, höhere Erträge. Lösungen für alle Landwirte. Für Landwirte in Indien, den wir mit unserer Zabio Scouting App unterstützen, aber auch für Landwirte in Deutschland, wo wir unser Healthy Fields Produkt anbieten, wo wir Pflanzenschutz als Ergebnis anbieten. Gesellschaft möchte nachhaltigere Produkte, oft regionalere Produkte und möchten genau wissen, wie sie produziert sind, auch mit welchem Umweltabdruck sie produziert sind. Und wir glauben, dass durch Digitalisierung wir genau diesen Zielkonflikt zwischen Nachhaltigkeit und Ertrag auflösen können. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, Landwirten das Leben einfacher zu machen. Ich möchte Leute auf der Farm in Food treffen, die selber eine eigenständige, starke Meinung zur Zukunft der Landwirtschaft haben, die hoffentlich anders ist als meine, um dann in der spannenden Diskussion einen guten Weg in die Zukunft zu finden. Die Kü HI Hallãy Die Küche Die Küche